I'm a G, but you know this All day So Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Gun Game Und das gab es eigentlich auf meinem Kanal noch nicht, würde ich sagen Und damit ein recht herzliches Willkommen Und wir versuchen mal diese Runde zu gewinnen Wieso mache ich jetzt eine Runde Gun Game? Erstens, wollte ich mich nochmal ganz recht sehr herzlich bedanken für das Video gestern Weil das hat ja Sagen umschreiben, den holen wir mal weg Ah Gott, den holen wir auch noch, easy Das Video hat ja sagenumwobene über 200 Likes und ein Dislike Ich spiele hier leider auch ohne Ton, was ein bisschen blöd ist Und das würde ich erstmal nochmal ansprechen, das fand ich echt krass Also muss ich ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass das Video so gut bei euch ankommt Zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr Bock auf die Serie habt Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, was ich nicht hoffe, dass ihr es noch nicht gesehen habt Ein bisschen veräumt, komm, da ist noch einer Wie, Hitmarker Zack, den haben wir Den haben wir auch, easy, Promotion Wir sind aber sau weit hinten Eieiei Da ist aber auch jemand schon ganz schön am Hustlen hier Zack, den haben wir So, und ich versuche eigentlich, was ich eigentlich machen möchte, ist Diese Serie, die auch Scumpy bringt, nämlich die Gun Game Challenge Worum es da eigentlich geht, ist im Endeffekt, dass wir Warum challenge ich ihn? Ich weiß nicht Dass wir 100 Spiele machen Und davon versuchen eigentlich alle zu gewinnen Im Endeffekt ist das hier gerade absolut unmöglich, habe ich das Gefühl Das heißt, die ersten drei Platzierungen, weil ich leider nicht so gut bin Würde ich halt sagen, dass wir die ersten drei Platzierungen nehmen Die dann als Sieg werten Und Hallo, komm raus Challenge mich Challenge mich Zack, geht doch Und wenn das so sein sollte Hallo Stimmt einfach Da war noch einer Ach, verdammt Wenn das so sein sollte Dann würde ich mich echt über ein Like freuen Ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwie was dermaßen reißen werden Das heißt, erster Platz ist hier wirklich, glaube ich, sehr schwierig noch zu erreichen Aber wir probieren unser Bestes Andernfalls So, den haben wir Zack, den haben wir auch Jetzt kommt die Shiva Nein Nein Du Untermensch Oh, den einen Oh, die ist so schwer Oh Gott, dass wir die noch geholt haben Gut, jetzt haben wir die Gorgon Das ist schon mal ganz gut So, hier nur mal schnell Den Kehl zu holen Hallo Stirb Och Gottchen, immer mit Ähm, 130 zu 180 Äh, enges Höschen würde ich meinen Sehr enges Höschen Zack Dingo, komm Latt, oh Mann Zack, die haben wir auch noch Jetzt die Sniper Den haben wir den einen Oh Gott, jetzt ist einer auf jeden Fall auf Platz 1 Komm Die Sniper sind echt belastend, muss ich ehrlich sagen Oh nein Da haben wir verloren Puh Die erste Runde ging auf jeden Fall in Ordnung Aber das soll ein ganz kurzes kleines Ankündigungsvideo sein Wie gesagt, wenn dieses Video ungefähr 150 Likes bekommt Dann mache ich auf jeden Fall diese Scampi Challenge Das heißt, der erste Platz gibt dann 3 Punkte Der zweite Platz 2 Punkte Der dritte Platz 1 Punkt Ich will die nicht so allzu lange machen Die Serie Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt Dann habe ich jetzt hier 1 zu 0 Von 100 Um genau zu sein, werde ich den Counter vielleicht irgendwie animieren Ich bin mir noch nicht ganz sicher Wir machen ja noch Bost Ich finde übrigens meine Tarnung richtig, richtig sexy Ähm, und wenn ihr darauf Bock habt Auf jeden Fall, wie gesagt Eine Bewertung da lassen Unten die Kommentare schreiben Dann sehe ich es auf jeden Fall auf eurem Feedback 150 Likes sind auf jeden Fall drin Wenn ihr die Serie sehen wollt Dann auf jeden Fall den Like-Button misshandeln Und wir sehen uns am nächsten Mal Jungs und Mädels Macht es gut, haut da rein Ciao Ayo, drop that shit